Am 11. April 2019 wurde der sudanesische Staatschef Omar al-Bashir durch das Militär gestürzt. Er war 1989, also 30 Jahre zuvor, selbst durch einen Putsch an die Macht gekommen und hatte vor, im Jahr 2020 wieder zu Präsidentschaftswahlen anzutreten. Diese werden mit Gewissheit nicht frei und fair abgelaufen. Der Sturz erfolgte nach monatelangen Protesten. Unmittelbarer Auslöser war die katastrophale wirtschaftliche und soziale Lage. Benzin, aber auch Bargeld waren knapp. Die Demonstranten und Demonstrantinnen forderten sehr bald den Rücktritt al-Bashirs und nicht nur das, sondern eine völlige Abschaffung des alten undemokratischen Systems. Die Demonstrationen gingen aber auch nach dem Sturz des Präsidenten weiter. Denn die Militärjunta, die danach die Macht übernahm, war nicht so ohne weiteres bereit, diese mit Zivilisten zu teilen. Die Demonstranten wurden wiederholt von Sicherheitskräften angegriffen. Zu ihnen gehören Milizen. Die RSF, Rapid Support Forces, die aus den gefürchteten Janjavid-Reitern hervorgegangen sind. Diese töteten im Krieg in Darfur nach 2003 im Auftrag des Regimes Regimes, Aufständische und Zivilisten. Die RSF-Milizen stehen unter dem Befehl von Mohamed Hamdo Dagallo, der im Sudan unter dem Namen Hemeti bekannt ist. Er ist die Nummer zwei der jetzigen Militärjunta, gilt aber als der starke Mann. Die Nummer eins ist der zuvor nicht sehr bekannte General Abdel Fattah Burhan. Die RSF sollen auch für das regelrechte Massaker verantwortlich sein, das am 3. Juni 2019 in der Hauptstadt Khartoum unter Demonstranten und Demonstrantinnen angerichtet wurde. Dabei wurden mindestens 120 Menschen getötet. Es kam auch zu Vergewaltigungen. Das ist ein altes Mittel der Milizen, um Terror zu verbreiten. Dennoch gab die Protestbewegung nicht auf und ging weiter auf die Straße. Sie ist unter dem Sammeln Namen FFC bekannt. Forces for Freedom and Change – Kräfte für Freiheit und Wandel. Anfang August einigten sich Hunter und FFC auf eine Verfassungserklärung für eine Übergangszeit bis zu den Wahlen. Ob Verbrechen bestraft werden sollen, die während der Umsturzzeit begangen wurden, ist eine der großen Fragen für die Zukunft. Denn naturgemäß wollen sich die Militärs Immunität vor Strafverfolgung sichern. Das gilt auch für Verbrechen, die während der Herrschaft von Omar al-Bashir verübt wurden, zum Beispiel in Darfur. Die Verfassungserklärung erhält das Gerüst für die Übergangszeit. Sie sieht eine Machtteilung für die nächsten drei Jahre vor. Dazu wird ein gemeinsamer, souveräner Rat geschaffen, der die Aufgaben einer Präsidentschaft übernimmt. Die Regierung wird von einem Zivilisten geführt, und im Interimparlament bekommt die Protestbewegung zwei Drittel der Sitze. Kudos vor den Sudanesen und Sudanesinnen und ihrer Geduld und Beharrlichkeit. Sie haben die Lektion von 2011, dem Jahr des arabischen Frühlings, gelernt, dass der Sturz des Diktators nur der erste Schritt zu einem Systemwandel ist. Aber der Weg zur Demokratie ist noch lang und steinig. Auch die internationale Gemeinschaft sollte Druck auf die Militärs ausüben, damit diese die Macht auch wirklich teilen bzw. nach Wahlen abgeben. Dänke und Dänke und Dänke und Dänke Vielen Dank.